Eigentlich ist es einer der größten Medienskandale der letzten Jahre. Die Rechercheplattform Correctiv behauptet, bei einem Geheimtreffen in Potsdam seien rassistische Geheimpläne zur Vertreibung Millionen Staatsangehörige aus dem Land geschmiedet worden. Und nachdem wochenlang deshalb Hunderttausende auf die Straße gingen und sich der Begriff der Deportationspläne längst verselbstständigt hat, stellt sich nun heraus, es handelt sich bei diesem Kernverwurf gar nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um eine Meinungsäußerung. Das hat Correctiv nun vor dem Landgericht Hamburg eingeräumt. Der Aufschreiben müsste nun eigentlich groß sein, Correctiv sich mindestens entschuldigen und mit Correctiv auch jene Politiker und Journalisten, die genau diesen Narrativ von den Deportationsplänen in den vergangenen Wochen einfach weiterverbreitet haben. Doch von Reue keine Spur. Stattdessen meldet sich der Correctiv-Chef auf X zu Wort und wirft dem Anwalt der Gegenseite nun vor, Zitat, Public Relations für die Faschisten in der AfD gegen uns zu machen. Zitat Ende. Blöd nur, dass eben dieser Anwalt gar keinen von der AfD vertritt, sondern einen Mandanten, der zwar vor Ort dabei war, aber nicht Mitglied der AfD ist. Und blöd auch, dass eben genau dieser Anwalt Mitglied bei den Trommelwirbel Grünen ist. Das hätte man übrigens ganz einfach auf der Seite der Kanzlei nachlesen können. Doch für so viel Fakten finden, war wohl leider keine Zeit. Däuner, da der Kanzlei nachlehnend. bestimmte Anwalt ist eine Zeit die Spenden durch die Faschisten in der Bekantung des Handelwirbeln. Und so shoesen können. Und da der Kanzlei nachlehnend ist, ist das Einwalt hermalt.